moin leute vielen dank wieder fürs einschalten ja heute steht wieder was cooles an eigentlich wie immer aber dieses mal gibt so eine kleine veränderung die ich mir oder die mir schon beim kauf des bikes aufgefallen ist was man ich sag mal mit kleinen mitteln direkt ändern konnte ich habe es auch gar nicht verstanden warum das so ranzig aussah aber könnte sein dass das mit der pflege da nicht so ernst genommen wurde auf jeden fall müssen wir erstmal der firma kultweg wieder ein großes dank aussprechen für die teile die angekommen sind für die schnelle lieferung vielen dank erstmal dafür ich hatte ja damals auch die gabel cover und diese abdeckung oben und den seitlichen kennzeichenhalter von der firma kultweg bekommen ich muss sagen werbung an dieser stelle ja das hat für mich wirklich etwas krasses verändert also es war ich würde sagen so 50 prozent von der optik hat sich sofort schlagartig verbessert gerade mit diesem chrom und dann sah die gabel so dünn aus und das kennzeichen mittig dann diese großen blinker war alles nicht so geil und dann habe ich ja die sachen nach und nach umgebaut das hat für mich wirklich einiges verändert und ja heute machen wir da weiter ich muss sagen es ist echt kalt geworden also hier meine garage ihr wisst ja die ist schon echt alt das dach ist teilweise an manchen stellen undicht hier ist immer so eine leicht also es ist ich finde es ist draußen wärmer als in der garage ich habe zwar jetzt hier eine gasflasche so einen kleinen brenner aber das bringt auch nicht viel punktuell kann man da ganz gut mit heizen aber so die ganze garage leider nicht da muss man auf jeden fall mal was überlegen was man da machen kann was da für möglichkeiten gibt wenn ihr da irgendwie eine coole idee habt schreibt auf jeden fall mal gerne in die kommentare weil ich glaube ich werde diesen winter auf jeden fall wieder viel zeit in der garage verbringen und da werden auf jeden fall wieder einige nächte drauf gehen ja und somit also ja privat wie läuft es bei mir baustelle ist soweit gut ich baue aktuell ein haus mit einer neuen garage die will ich euch auch demnächst mal zeigen wenn es soweit ist ich bin da aktuell steht das wirklich alles sehr voll mit steinen und isolierung und was man alles so beim hausbau braucht aber wenn die den nächsten mal ein bisschen leer geräumt ist dann zeige ich euch die auf jeden fall das dach habe ich soweit fertig also ich habe das dach selber gedeckt und ein dachdecker hier hat mir quasi ein bisschen geholfen das ganze auch vernünftig zu machen und ja da werde ich euch auf jeden fall mal mitnehmen kriegt immer so ein paar kleine private einblicke auch und ich würde sagen alles gesagt lassen uns mal mit dem video beginnen und ja genau was mir noch wichtig wäre es wäre cool also die für die leute die immer hier am start sind dass sie die glocke an macht den kabel kanal abonniert ist auf jeden fall kostenlos bringt uns einfach nur ein bisschen mehr reichweite und ja über den daumen nach oben freuen wir uns immer oder ein kommentar zu dem ganzen und ja damit können wir das video beginnen lassen uns mal starten viel spaß beim video und ja Bis zum nächsten Mal. Ihr habt es richtig erkannt, das ist mein neuer Beltschutz, genau, Beltschutz ist das. Den werde ich jetzt hier verbauen. Ihr seht, der alte ist total abgeranzt, sieht aus, als hätte jemand hier versucht, daran rumzupolieren. Hinten und vorne sehr matt, das Ganze, so wie es wahrscheinlich original war. Und dann hat hier jemand versucht, wahrscheinlich einen Kratzer oder so rauszupolieren. Es sieht auf jeden Fall nicht mehr schön aus. Und das Ding wird jetzt so quasi hier rein montiert. Und dann habe ich das auf jeden Fall wieder schick. Dann haben wir hier noch zwei Cover. Einmal von der Firma Kultwerk auch dieses seitliche Kupplungscover oder den Kupplungsdeckel mit so silberreingefrästen Applikationen. Und dann haben wir hier noch hier auf der anderen Seite das Ignition Cover für die rechte Seite dann. Und ja, das bauen wir jetzt mal ein und mal gucken, wie das Ganze dann wirkt. Ich denke, das wird ziemlich geil und wird auch relativ schnell eingebaut sein. Und dann können wir hier noch ein und mal gucken, wie das Ganze dann wirkt. So, das ist das schöne Teil. Wie gesagt, sieht richtig ranzig aus. Und das ist mir auch schon beim Kauf aufgefallen. Irgendwie weiß ich nicht, was damit passiert ist. Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus. Hier sieht es auch aus, als hätte da irgendwas dran geschliffen. Und hier ist auch irgendwie der Lack ab. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Ich hatte mir mal irgendwann so ein Set hier geholt bei Ebay mit so verschiedenen Kunststoffscheiben. Und also hier war jetzt nichts dabei. Man kann das wahrscheinlich einfach so mit der Schraube draufschrauben. Aber durch die Vibration kann es auch passieren, dass hier die Pulverbeschichtung abplatzt. Und deswegen würde ich eher lieber hier so eine Kunststoffscheibe darunter setzen. Ja, die würde es schon gehen. Und dann wird die Pulverbeschichtung auf jeden Fall länger halten an der Stelle. Und auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche dann. So. 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 So, die hintere Schraube hier, die ist auf jeden Fall definitiv zu lang. Die würde hier quasi gegenkommen. Gegen den Belt. Oder gegen die Schraube vom Belt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier eine kürzere Schraube. Woher war es ja so, dass hier so ein Abstandshalter noch drin war. Kürzere Schraube habe ich jetzt auch gefunden. Und so. Und so schaut das fertige Ergebnis aus. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Zeige ich euch später auf jeden Fall nochmal draußen. Meine Tasche hier von Bikertaschen.de passt hier auch noch super. Das kommt da auch nicht gegen oder so. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich die auf jeden Fall wieder montieren kann. Das wird jetzt demnächst wieder kommen. Rabattcode dafür blenden wir euch auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein. Könnt ihr auch nochmal, ich glaube, 15 Prozent sparen. Und ja. Das Ding ist cool. Hält. Was es verspricht. Und ist nicht gerade teuer. Also die Dinger sind echt ein Schnapper. Und ja, jetzt geht es hier ans Cover. Und ja, jetzt geht es hier. So, normalerweise ist hier eine neue Dichtung angesagt. Aber ich benutze jetzt nochmal die alte. Ich habe die ja erst vor kurzem getauscht. Und ja, jetzt geht es hier. Das passt schon mal nicht. Das ist wieder zöllig, wahrscheinlich. Also manchmal könnte ich durchdrehen mit diesem metrisch und zöllig. Weil das immer so, ja, das ist wieder hier. Also da braucht ihr so ein 3,32. so, ja, das ist wieder 0,42. Okay. Also ich habe ein bisschen Probleme gerade das rein zu bekommen hier, ich merke dass die Löcher nicht so 100% übereinander stehen. Ich habe jetzt mal die oberen Schrauben nochmal gelöst und schaue mal ob ich die hier ansetzen kann. Fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Ne, ich werde das Cover jetzt nochmal rausnehmen und dann werde ich mal die Löcher mit denen von dem originalen vergleichen. Also hier die Löcher passen exakt überein, nur bei dem Cover ist es ein bisschen schräger das Ganze. Sollte normalerweise funktionieren. So, ich habe mir jetzt hier so eine Rundpfeile genommen und werde das Ganze jetzt einfach ein bisschen den Grat hier entfernen, weil ich denke man kriegt es so rein, aber das Problem ist, ich will mir auf gar keinen Fall irgendwie das Gewinde oder die Schrauben kaputt machen und deswegen gehe ich jetzt einfach hin, werde das hier ein bisschen pfeilen und dann einsetzen. Also die könnten µ größer gebaut sein die Löcher. Das komische ist beim Aufeinanderlegen ist es gar kein Problem, es passt. Aber irgendwie hat das Ding so eine leichte Schrägung und deswegen geht es wahrscheinlich da nicht rein. Das Cover ist soweit fertig eingebaut, sieht richtig Bombe aus, finde ich. Auf jeden Fall schöner als das alte Cover, das war schon relativ durch, auch vom Lack her nicht so schön. Und ja, ich würde euch das Ganze gerne nochmal im Hellen zeigen, also gehen wir mal raus und dann zeige ich euch das da. Untertitelung des ZDF-2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020